Hier präsentieren wir die 5 besten Aktenschredder Test. Lass uns anfangen. For more information. Überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu starten Nummer 5. Amazon Basics Hi. Sie suchen einen sicheren Aktenvernichter für Ihr Zuhause? Dann werfen Sie einen Blick auf unseren Amazon Basics Hochsicherheitsaktenvernichter mit Kreuzschnitt. Der Amazon Basics Hochsicherheitskreuzschnitt Aktenvernichter ist perfekt für alle, denen der Schutz Ihrer Daten am Herzen liegt. Dieser Aktenvernichter verfügt über 3-32x178 Querschnitte, die einer Sicherheitsstufe von P3 entsprechen. Außerdem können Sie Papier in 0,48x4,68cm große Streifen zerkleinern, was einer Sicherheitsstufe von P3 entspricht. Der Amazon Basics Hochsicherheitskreuzschnitt Aktenvernichter kann bis zu 7-8 Blatt Papier oder bis zu 10 Kreditkarten zerkleinern. Dieser Aktenvernichter verfügt über einen Autostart und einen manuellen Rücklauf zur Beseitigung von Papierstaus. Außerdem ist er integrierte. Nummer 4 Office Document Shredder Suchen Sie einen zuverlässigen Aktenvernichter für Ihr Büro oder Ihr Zuhause. Dann sollten Sie sich den Bonsai Cross-Cout Shredder ansehen. Der Bonsai Cross-Cout Shredder ist ideal für Heimbüros, kleine Unternehmen und den privaten Gebrauch. Der Hochleistungsbüro Aktenvernichter vernichtet bis zu 14 Blatt in einem Durchgang und verfügt über 4,5 mm starke Cross-Cout Klingen. Außerdem kann er Papier, Heftklammern, Kreditkarten und CDs verarbeiten. Wir haben unsere Aktenvernichter so konzipiert, dass sie einfach zu bedienen sind. Sie müssen ihn nur einlegen, einen Knopf drücken und zusehen, wie er Ihre Dokumente zerkleinert. Der Bonsai Cross-Cout Shredder ist für jeden geeignet, egal ob im Büro, zu Hause oder in einem kleinen Unternehmen. Schreddern Sie Ihre Dokumente in winzige Streifen, die niemand mehr zusammensetzen kann. For more information Überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3 Amazon Basics Document Gibt es in Ihrem Büro sensible Dokumente, die vernichtet werden müssen? Dann schauen Sie sich unseren neuen Amazon Basics Aktenvernichter an. Der Amazon Basics Aktenvernichter ist das perfekte Gerät für die Vernichtung sensibler Dokumente in Ihrem Büro. Er kann bis zu 8 Blatt Papier auf einmal vernichten und verfügt über eine manuelle Rücklauffunktion, um Papierstaus zu vermeiden. Außerdem ist er leise, sodass Sie Ihre Arbeit erledigen können, ohne Ihren Arbeitstag zu unterbrechen. Ganz gleich, welche Art von Dokumenten Sie in Ihrem Büro haben, der Amazon Basics Aktenvernichter kann Sie sicher vernichten. Er kann Kreditkarten, CDs, DVDs und andere sensible Dokumente mühelos vernichten. Holen Sie sich noch heute einen sicheren, leisen Aktenvernichter für Ihr Büro. Nummer 2 Professional Autofed P4 Sind Sie auf der Suche nach einem effizienten Aktenvernichter, der Ihnen Zeit spart, dann ist der Professional Autofed P4 Schredder genau das Richtige für Sie. Der Professional Autofed P4 Aktenvernichter ist perfekt für alle, die einen effizienten Aktenvernichter brauchen, der die Arbeit erledigt. Er verfügt über eine Querschnittstechnologie, die Ihre Akten in 4 x 12 mm große Schnipsel vernichtet. Und dank der Autofed Technologie müssen Sie den Aktenvernichter nicht mehr selbst beschicken. Wir wissen, wie wichtig ein sauberes Zuhause für Sie und Ihre Familie ist. Deshalb führen wir nur Produkte, die perfekt für Ihr Zuhause geeignet sind. Der Professional Autofed P4 Schredder ist perfekt für Büros, Privathesshalte und alle anderen, die einen effizienten Aktenvernichter benötigen. Holen Sie sich mit dem Professional Autofed P4 Schredder einen effizienten Aktenvernichter, der Ihnen Zeit spart. Und die Nummer 1 unserer Liste. Leitz IQ Home Office Suchen Sie einen leisen, effizienten Aktenvernichter für Ihr Büro oder Ihr Zuhause. Dann sollten Sie sich unbedingt unseren Leitz IQ Home Office Aktenvernichter ansehen. Der Leitz IQ Home Office Aktenvernichter ist perfekt für alle, die einen leisen, effizienten Aktenvernichter benötigen. Dieser Aktenvernichter verfügt über einen Querschnitt und einen leisen Betrieb, damit Sie in Ruhe arbeiten können. Außerdem ist er einfach zu bedienen und wird mit einer einjährigen Garantie geliefert. Wir wissen, dass jeder Mensch andere Bedürfnisse hat, deshalb haben wir unseren Aktenvernichter an Ihre Bedürfnisse angepasst. Mit diesem einfachen, intuitiven Aktenvernichter können Sie bis zu 10 Blatt Papier auf einmal vernichten. Vernichten Sie Dokumente einfach und effizient mit dem besten Schredder von Leitz. Für mehr Informationen Überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren unseren YouTube-Kanal.